Herzlich Willkommen zu einem neuen Gameplay von Royale bis in den Tod. Diesmal war er dabei in Silver, Tobi und Wächter. Lass uns jetzt schön auf dem Teller präsentieren. Jetzt liegen jetzt in die Berge, das ist auch der Scheiß. Klingt aber einfach, wenn wir jetzt noch C kriegen, dann haben wir das Ding ganz schnell eingenommen hier. Ja, bei C bin ich schon. Das sieht gut aus. Da kommt jeder erst mit auf dem Dach hin. Da kann ich mal an, ob ich sterbe hier. Komm mal, Christoph, komm. Pass auf, da ist einer mit Löscher. Ja, 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 ja. Oh, go on, danke. Jo. Ist nicht viel jetzt unterwegs. Oh, 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 angesehen, angesehen. Wir haben euch mit dem Kleid. Ja. Oh, noch einer. Ja, ich bin da rein. Ja, ja, da war ich unterwegs. Alter. Überall. Oh, dieser Titel ist überall an mir angeschossen. Wir kommen eine Minute noch. Diese Wichser. Die Wichser. Die Wichser halt laufen kann, wenn man die anschießt. Dann kriegt man Ärger, weil man den... ... die Fäften draufgeschossen hat. Und wer ist noch einer hier irgendwo? So. Einen Schuss abfeuern können. Auch die Treffpunkte. Ja, machen wir die Spawnloppe alle. Ist down. So. Da ist wieder irgendwann Spaß mit der Läscher. Ja. Lacks. Komm, wir bunkern uns einfach mit bei C ein. Du hast was gut bei mir. Hier sieht er gelaufen. Jawoll. Was für Kanade wieder? Okay. Überall. Das Rechte auch schon im Trupp. Das Rechte hat einen Polar gezogen. Oh. Oh. Achtung wie. Ich bin down. Achtung, ich hab jetzt eine Max hier. Und dass du wieder raus bist. Ach komm, die kriegen wir doch jetzt die Base, oder? Ja. Ja. Ja, du bist zum Tod. Starke Dichte. Schlappenheit. Oh mein Gott, sind da viele untergegangen. Red Impact hat's eingenommen. Bleib mal noch ein bisschen bei C, gell? Also nicht da wieder aus der Base rausrennen und so. B. B wird gerade gedreht. Hier ist übrigens eine Spawnlampe von den Feind. So. Ego ist B. Ab nach D. D ist auf der Unterseite, Mann. Ach ja. Ich bin schon Base. Feindliche Galaxy im Einsatzgebiet. Oh, da sind viele. Ja. Wir haben genau den Gegenschlag. Wir können da nicht mehr rein. Oh, 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 oh. Ach, scheiße. Raketenwerfer. Bixerhasse. Wir machen das gleiche wie ich. Nein! Nein! Läscher. Okay, lass doch mal gehen. Ich weiß gar nicht warum die noch alle so nachkommen. Die sollen mal diese Idioten haben. Ja, das stimmt. Ich glaub da war noch ein Zangi irgendwo. Ich kann nicht heilen! Ich kann nicht heilen! Da sind ganz viele jetzt unterwegs Naja, die können hier noch spawnen solange die einen Punkt hier drin halten können die viele hinterhalte der Base spawnen Aber jetzt sind es komplett unterwegs Achtung hinten! Jetzt können wir noch weiter Oh oh oh! D ist wieder uns hoch zu C Bester, bist du noch unterwegs mit deinem Thrower? Wichtig? Ach ja, was sieht es aus? Vielleicht hat er mal wieder sein Mikro ausgeschalten Aber auch Das macht... Aus Versehen! Nee, das macht die CS automatisch komischerweise Okay Okay Na, haben wir da nicht ein bisschen geschmunzelt? Dester Hakt ist unterhalb von B steht ein Sun Da stand eben noch ein Sun Wenn er nicht erhält Jetzt geht ein bisschen Auf No du Auch Aua Und dann hat er nur noch ein Aua Aber du hast hier mit dem Thema niemand Ja, weißt du, das war gerade so gut hehehe Wechsel auf der Straße und jetzt mehr Also, es ist noch gute Reifen, wenn wir der Poli nicht gerade Ah, die beschießen ich kurz wieder Ich hab'n den mal markiert Was immer bei Randal da ist Jo, alles klar Komm mit einer Ritzen um, wo seid denn ihr überhaupt jetzt? Ich bin auch down Oh, oh, oh Seid ihr da unten? Seid ihr da unten? Der Sunrunner oder was? Ne, da unten ist ein Wechsel mal kurz gemarkiert Ich glaub die Base ist in unserer Hand jetzt Magrider down Sauber Du brauchst eigentlich so Schreinwichter So, die nächste Base nebenan ist jetzt auch direkt uns Spare hier in der Cartman Der Cartman kommt Scheiße Da war noch ein Magrider Ah, ok Sky Guard Lightning So, Christian, ich geb dir jetzt erstmal Trupplead Ich muss dir die Mails mal abmachen Oder find'n demnächst auch gar nicht Ja Jo Ich kenne das Ich hab'n da eigentlich schon mal angerufen Der Neuen Yeah, so Hier wird zurückgedreht Wir verlegen zu Crystal Ridge Bei dem bei Dropping in Freya Network Compound Und wer stellt sonst so, alles Roger oder? Joa, alles Roger, nur ein bisschen müde Wir gehen mal einen Kaffee Echter, nichts geht über Kaffee Jeden Fall Wir haben einen A-Punkt hier Bin schon unterwegs Manche Vanitäter gesichtet Oh, das ist Nisha Ich spiel' euch mal ein bisschen davon Ich spiel' euch mal ein bisschen davon Ich spiel' euch mal ein bisschen davon Ja Okay, da geht's jetzt unten an Ferry-Netzwerk-Reppen Oder was hat's jetzt geplant? Wir wollten den, 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 den Puppen, diesen Puppen auch wieder sichern Dann können wir ja mal gucken, ja Ja Ich wusste, der Ripsch kommt gerade an die Kaffee Ja Stay frosty, this fight is all but one Ich weiß schon was So, wie kriegst du denn das, äh, dieses Symbol da um den A-Punkt? Äh, du musst Q gedrückt halten, dann kommt Primärziel oder Primärziel musst du drücken Ah Okay Oder Kommandokonsole oder irgendwas Ich weiß gar nicht was er macht, dein Kommandokonsole Das ist ein Scharfschützer Nee, macht er sowieso, macht er sowieso Okay Die Vorgesetzten sind beeindruckt, gute Arbeit Der ist da auch ne Scharfschützer Ja Ja, kann mich um das lang gehen So, hier, tun doch mal Ich bin immer verletzt da oben, da ist er ja, da oben So, was wolltest du jetzt machen? Du wolltest jetzt zu was? Was, Munition oder was? Ja, immer her damit Netzwerkverbindung, ja, können wir hin Machen wir, ich setz mal ein Angriffssymbol rein Ja Kann ich Netzwerkverbindung Ja, ich hab ne Netzwerkverbindung Internetstabil Oder was meinst du jetzt so gut? Genau Hast du nen stabilen Ping, das ist ja schon mal gut Stabil würde ich nicht gerade sagen Da gibt's aber keine Ausreden jetzt, gell? Ja, ja, das war der Ping Das war vorhin Da holt uns noch mal ein Sundera Ja, von hier oder was? Ah, das ging jetzt auf der anderen Seite Weil das war vorhin, das schlechte Spielen war Nicht durch das Können, das war eigentlich nur der Ping Ja, auf jeden Fall Oh Mann Das ist nie ne Skillfrage, ne? Ja, ja Und wie hat der jetzt im Pro Gamer gesagt, so wie So wie Wario X oder so, ne? Gibt's ja, gibt's ja viele, ne? The aim is so bad, mein aim is so bad Richtig gecrasht, richtig gecrasht Normalerweise müsste es heißen, deine Mama war so bad Ja, auf jeden Fall, so Also könnte ich jetzt hier, hallo, Sandra Gornen, jetzt So, alle einsteigen Der Gorn ist der Busfahrer Auf jeden Fall So, dann wollen wir mal losfahren Wir wollen andere, die Kanone haben Kein, kein Bus Klar Kraftwagenfahrer Okay, das ist frei So, und wer hat jetzt ein schönes Lied im Verspannen? Freier ist auch frei Nicht Bus, das kriegt wir einfach Ähm, ähm Ja komm, die sind zwei auf frei Ja, wir haben zwei Nicht alle auf einmal, ne? Ja, das ist ein So Ich kann ja einfach an einem Voice Shatter auch rein labern da Wenn er diesen Kanal da offen hat Wenn er diesen Kontinent-Kanal, Fraktions-Kanal freigeschaltet hat Der kann er da auch rein labern oder was? Ich weiß es nicht Hat er ja gerade gemacht Ja, einfach So Jetzt geht es hier rum Da rum Jetzt geht es hier schon wieder los Das ist nicht gut Geht wahr los Einmal abbiegen So Sauer Hä? Was ist jetzt passiert? Einmal ab und umflacken Umflacken So, jetzt kommt natürlich der beste Clan der Welt Echt? Aber warum bist du jetzt gerade drauf gegangen? Keine Ahnung Keine Ahnung Bin ihn gefallen oder? Irgendwie bin ich um die Wand gepackt und bin dann in Rotung gefallen Oh, danke Da gerade jemand Oh, oh, jetzt kommt er zu Hause Also ein Sniper, ein Sniper Ein Sniper Fies, kaputt Ich hab ihn gerade so Mein Aim ist so bad Oder mein Ping Das war der Ping Mein Ping ist so bad, ja Ich hab gar nicht gern Ich hab einfach nur drauf geholzt Einmal frei Ja, aber ich hab doch den Kill gekriegt Okay Dann warten wir kurz Ja, du hast mir den Kill gesteilt Ich hab am meisten drauf geschossen Ja, kannst du mal sehen Dann warten wir kurz Pole Warte, ich Die Gläu nochmal Du, bei Nulli wär das genauso gewesen Wenn du dir den Kill klaust Und er da keine Punkte macht Dann hättest du ja gar keine Freunde auf dem Clan Dann ist er mal richtig bad ass, ja Dann ist er mal richtig bad ass, ja Dann ist er mal richtig bad ass, ja So, gut Dann gibt's beef Ja Also ihr könnt wieder einsteigen Wir nennen das Taktische Überlegenheit Laut Laut Da sitzen zwei drinnen Was ist das da drinnen? Was ist das da drinnen? Jetzt ist sie mit mir drinnen So So Nackts Lass mal die mal in den Truppen Oder? Das Schöne ist Das Schöne ist Ich werde ja das Video veröffentlichen Also wird unsere Quatsche komplett drauf sein Einwandfrei Können wir gleich mal Nudeln posten, denn Die Einrichtung wurde gesichert Hast du gehört, Gordon? Werden wir gleich mal Nudeln posten Hey, guck dir mal ein Video HB HB ist nicht alles, ne? Taktische Geräusche So So, kriegen wir noch die Punkte Jaaaa He! Einfach frei Ja, Mann So richtig Gut getimed, mein Freund Wollen wir es bei der Traverse versuchen? Ja, machen wir Ja, mach' das Oh, ich wollte bei dich aussteigen Komm Lightning Grüner wird's nicht Das ist ein bisschen billig, dann aufzuhören. Okay. Bauen wir es gleich. Das ist geil, ob das zu. Das ist geil.